was passiert jetzt denn jetzt kommen wir zum viel zu frühen finanzblick auf das neue set midnight hand und dafür habe ich euch wieder eine meiner berühmten nicht schön aber funktionalen google spreadsheet dateien mitgebracht und um euch einzustimmen auf das neue set innistrat midnight hand habe ich euch hier zum vergleich noch mal den ev von dungeons and dragons adventures in the forgotten realms zum pre-release mitgebracht denn heute schauen wir auch wieder zum pre-release wochenende wie viel ist innistrat midnight hand wert gucken wir mal kurz zu genau die in die die mythic rares die rares und die an commons commons and foils und this karten nur kurz einmal damit ihr es zum vergleich gesehen habt vor ungefähr drei monaten war ein draft display adventures in the forgotten realms 77 35 wert und ein set display 90 euro 19 und jetzt geht es schon zu innistrat midnight hand so wir haben wieder eine ganze menge mythic rares rares an commons commons foils und the list karten dieser unfarbige bereich der muss euch eigentlich gar nicht so interessieren für alle dies interessiert ich lade ja diese ev tabelle auch wieder im patreon bereich hoch da das ist einfach die berechnung dahinter hier seht ihr in den in den einzelnen zellen seht ihr die formeln dazu so und so oft kommt eben diese mythic rare in einem in einem booster vor also es gibt 20 mythic rares teferi zu ziehen ist eben fünf prozent chance das heißt es gibt insgesamt 4,86 mythic 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 rares pro draft display darum kommt teferi zu 0,24 pro display vor das heißt pro pro vier displays kommt da relativ garantiert und deswegen bringt sein ev von 16 euro 34 82 cent zum gesamt ev wer das nicht versteht kann mir gerne schreiben aber wie gesagt das ist nur die berechnung dahinter alles hier in der tabelle gucken wir uns noch mal hier die farben an mythic rare und so sollte klar sein grün bedeutet diese karte ist über dem durchschnittspreis der mythic rares oder der jeweiligen rarität rot bedeutet diese karte ist weniger als der durchschnittliche wie das heißt wenn ihr den consuming blob zieht für 3 auf 40 dann zieht das euren ev runter den durchschnitt so draft displays und set displays schauen uns direkt danach an also die teuerste ist teferi huslos the sunset random seven the meter massacra die sind beide zweistellig alle drei mal nicht 16 15 und 10 euro dann haben wir ein paar im neuen sieben euro bereich und dann geht es relativ schnell mit 11 von 20 sind weniger wert als der durchschnitt und ja sozusagen im schnitt bringen euch eure 4,86 mythic grass die pro display zieht 32 euro 36 vom display preis ein schauen wir zu den rares hier haben wir insgesamt 64 stück 17 stück davon sind stand heute 18 9 also release samstag pre release samstag über ein euro wert wenn kris the horde auger of autumn deserted beach das sind die top drei das ist jetzt nicht besonders stark aber die haben immerhin diese fünf länder cycle der zwischen drei und zwei euro konstant ist und ja bike habe ich wieder mit 50 cent angesetzt und hier seht ihr ne vanquish the horde kommt zu 1,56 prozent vor das heißt eine von 64 rares ist eben vanquish the horde und es gibt 31,14 rares pro display in jedem zweiten display ist eine vanquish the horde nahezu garantiert statistisch gesehen gesetze großen zahlen und diese 31,14 rares bringen euch 32 euro und 12 cent näher zu eurem reichtum also fast gleichzusetzen mit den mythic rares mythic rares und rares sind bei 64 euro für das draft display ganz spannend bei den uncommons haben wir diesmal drei die über bike preis liegen und zwar face full mending infernal grasp und sunset revelry die mit 65 63 cent und 38 cent erheblich teurer sind als sie zwei cent die wir sonst immer annehmen und das macht 4 euro 24 für 108 an commons die kommen im schnitt 1,3 mal pro display vorher diese teureren drei dann haben wir noch eine common consider falsche farbe 25 cent kommt in 3, also 3,48 kriegt ihr davon in einem display und das erhöht den preis der commons nicht besonders auf 8 euro und drei cent für also 360 stück die jeweils um die zwei cent kosten um genau zu sein 2,2 cent so da sind wir schon bei 32 euro 32 euro 4 euro und 8 euro sind also 64 68 76 kommen wir noch zu den foils weil das ist tatsächlich spannend hier bei midnight hand ich habe beobachtet dass die der vollen multiplikator wieder höher ist klar das wird sich auch wieder ändern aber wir schauen uns ja nun mal den tatsächlichen wert am 18 neunten an und ich hatte sonst dass die durchschnittliche kamen und ankamen ungefähr das doppelte wert war in foil zur normalen also vier oder fünf cent statt zwei cent und die rare und mythic rare hatte ich bei 1,33 das heißt nur 33 prozent teurer als non-foil das ist hier wirklich gerade noch anders die rares sind ungefähr doppelt so teuer und die mythic rare ungefähr 66 prozent teurer mal 50 mal 100 prozent also aber nicht ganz 75 deswegen ungefähr 66 prozent das heißt eine foil mythic rare ist 11 euro und fünf wert im schnitt und davon kriegt ihr 0,21 pro display sind 2 euro 32 1,28 voll rares machen 2 64 und so weiter und so fort das heißt die foils kommen noch mal 5 euro 56 dazu und das bedeutet ein draft display hat ein ev stand heute nach card market preisen von 82 euro 38 guck mal kurz zurück zu den die 77 euro 35 auch wegen der geringeren voll preise aber nicht nur wie ihr seht die gerade im ankamen bereich haben wir zwei euro gewonnen ansonsten nahezu gleich mit dnd dann gucken wir uns jetzt noch die set boostern hier ganz rechts wo auch mein gesicht teilweise drüber ist das sind die berechnungsgrundlagen die grundlage den artikel dazu den verlinke ich euch wie immer unter dem video damit ihr einfach seht was genau ist eigentlich in einem set display drin das ist relativ genau mit prozent setzen und so festgelegt und das habe ich eben auch hier in den formeln so hinterlegt es gibt 5,27 mythics pro set display also eine halbe mehr als in den draft displays und das macht eben auch ein leicht höheren ev 2,80 euro höher set displays kosten ja aber auch fünf euro mehr also 35 euro kosten nein bekommt ihr für eure mythic grass die ihr durchschnittlich aus dem set booster display zieht bei den rares haben wir 33,74 zu 31,14 das macht 34,80 euro auch hier 2,50 euro mehr das kommt ungefähr hin diese 2,50 euro ev in den mythic grass und rares sind auch das was wir mehr bezahlen für die set booster displays wir haben statt 108 ankamens nur 76,89 ankamens denn wir wissen ja es gibt auch viel weniger karten in diesen displays darum nur noch 3,41 statt 4,24 und statt 360 kamens haben wir nur 160 kamens und kommen hier auf 3,90 statt 8,03 ok da haben wir die 5 euro auch schon wieder eingeboost die wir vorhin gewonnen haben dann haben wir natürlich noch the list karten und the list habe ich überhaupt nicht verändert im preis es gibt einfach viel zu viele list karten 300 stück der medianen sind 50 cent deswegen es gibt 7,5 list karten pro set booster display 3,75 ev kommt dazu art karten falls die irgendwie mehrwert haben mit der goldenen aufgedruckten unterschrift sind hier nicht in der berücksichtigung in der berechnung mit berücksichtigt das heißt wenn ihr den ein wert ja zugesteht dann kommt es noch oben drauf was hier natürlich spannend ist sind die garantierten falls in jedem booster wir haben statt 7,42 booster common foils in den draft boostern haben wir 16,98 8,5 zu drei ankamens 3,89 zu 1,28 rares und 0,61 zu 0,21 mythic rares das macht hier natürlich ganz viel aus es sind 16,43 11 euro mehr als bei den draft booster displays und deswegen sind die set booster displays auch bei 97 euro 44 ganz genau wegen der foils wegen der list karten das wofür man eben mehr bezahlt das hat man auch mehr drin und die statistik sagt für diese mehr foils bezahlt man eben die fünf bis acht euro mehr hat aber hier auch ein ev von 15 euro mehr das war hier bei den die 90 euro also 77 zu 82 90 zu 97 midnight hand ist am pre-release wochenende tick stärker sieben prozent stärker vielleicht auch acht prozent kein krasser preisbringer den ev einzutreiben wird natürlich nur bei großen stückzahlen funktionieren aber minimale verbesserung gegenüber dem dnd set von daher macht daraus was ihr wollt vermutlich lohnt sich am meisten single zu kaufen wenn ihr die wollt und ansonsten viel spaß beim booster cracken bis zum nächsten mal